Yo Leute, was geht? Hier ist BMTV! Und heute zocken wir mal ein Horrorspiel zusammen. Und das heißt Remind Yourself! Ja und das wird so ablaufen, kommt drauf an wie lange das Spiel geht. Und zwar werde ich hier jetzt zocken. Hier ist die Maus hier, da, irgendwo, da. Ich werde zocken und Mike ist daneben. Ich bin durchgehend am Start Leute. Und die nächsten paar Male spiele ich dann, je nachdem wie lange das Spiel halt dauert. Und vielleicht ist es halt bei der ersten Folge schon vorbei. Vielleicht auch schon bei der zweiten, dritten, vierten. Oder wir sind schon bei der zwölften oder so, scheißegal. Vielleicht zock ich oder er zockt, scheißegal. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt an. Genau und was wir noch sagen wollten ist halt, das ist jetzt alles provisorisch hier gemacht, auf schnell. Kann sein, dass irgendwas nicht passt. Mikro oder Facecam, Aufnahme. Weil das ist halt spontan. Schreibt es einfach in die Kommentare, falls irgendwas nicht passt. Und wir verbessern es auf jeden Fall. Und ich höre nichts so. Und was ich auf jeden Fall vorne rein schon mal sagen wollte, wir sind auf jeden Fall real. Wir beide sind Raucher. Wir haben auch ein bisschen was getrunken. Ja, kann sein, dass wir ab und zu mal einen rauchen. Wir rauchen vielleicht oder wir trinken. Wenn es euch nicht gefällt, denn... Oben bei eurem Browser ist ein Pfeil, da könnt ihr raufdrücken und dann geht ihr zurück und dann braucht ihr das Video nicht angucken. Ganz einfach. Wir sind einfach real. Wir wollen YouTube real machen. Und ja, wenn es uns nicht gefällt, dann guckt ein anderes Video. Aber wir starten jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns in-game. Wir sehen uns in-game. Okay, let's go. Let's go, let's go. Achso. Guck dich ein bisschen um, Alter. Ich kann auch... Ah, das kann auch gehen. Und wir wissen... Wir wissen nichts über dieses Spiel. Wir haben uns das gerade runtergeladen vor 20 Minuten. Wir wissen gar nichts. Das ist Remind Yourself. Das verlinken wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ladet euch das runter, so wollte ich das sagen. Licht haben wir auch. Digga, warum abnet der so? Ich hoffe, ihr hört das auch alles sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Love is in the air. Love is in the air. Okay, reicht. Reicht. Guck mal kurz, da sind so viele Bücher. Warum? Ist da irgendwie ein Hinweis oder so? Nee, ich glaube, der hat einfach gerne gelesen. Was ist denn das? Ah, man kann ranzoomen. Ey, das ist ja hammergeil. Ey, das Spiel ist echt gut. Die Quali ist auch gut, ne? Die Quali ist auch gut. Fampen? Äh, Fampen. Äh, Fampen. Äppentoppa. Fappen. Ätemp. Ätemp. Okay, ah, rennen können wir. Rennen können wir mit Schiffen. Mit Kuh? Licht? Äh, ne, mit Kuh ist Licht. Guck mal kurz die zwei Bilder da an. Guck mal kurz die zwei Bilder da an. Oh. Da steht was, da steht was. Do you have shadow? Hast du Angst? Nee, shadow ist Schatten. Sieh. Hast du einen Schatten? Hast du einen Schatten? Nein. Hab ich nicht. Ey, woher weiß der das? Ich hab echt... Alter! Alter! What the fuck? What the hell? Warte, warte, warte. Zoom mal ran. Sieht man das vielleicht, was man lesen? Nee, kann man nicht lesen. Schade. Auf jeden Fall ist es ein Pärchen. Okay, auf jeden Fall sind wir uns klar, es ist ein Pärchen, was da wohnt. Digga, aber guck dir das Haus an. Die haben Paddel, Digga. YouTube läuft bei denen. YouTube läuft auf jeden Fall richtig gut bei denen. Das ist schon mal klar. Aber der Tisch. Ist da ein Baum drin, ne? Warte, ist da ein Baum drin, ne? Ja. Warte, 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 warte. Da vorne, da sind zwei Bäume oder so. Dunkel. Geh mal hin. Wo grad richtig dunkel. Geh mal hin. Scheiße. Digga, geile Innere in die Richtung mit Böhm. Das ist auf jeden Fall geil gemacht. Also ganz ehrlich, in die Horrorgame, ist auf jeden Fall dunkel gemacht. Ja. Muss man den lassen. Also das erste, was ich da gespielt habe, einfach so Just of Anders, das hab ich nicht aufgenommen, da hab ich normal gezockt. Muss man den lassen, haben die gut gemacht. Türen kann... Ich weiß nicht. Türen kann man nicht öffnen. Ja, das zeigen die bestimmt an, was ist das. Digga, aber die haben auch einen Hund. Die haben einen Hund auf jeden Fall. Okay. Telefon? What? Ne. Leute, wir wissen echt nichts über dieses Game, ne? Deswegen, also, wenn wir ein bisschen länger brauchen, dann macht euch keine Sorgen, ne? LOL. Sind die im Knast? LOL, Alter. Hä, was ist das so orange? Dreh ich mal um? In der Lampe. Das ist eine Lampe, ja. Ich renne hier einfach durch. Ja. Ich weiß nicht, ob... Ey, warte, warte. Alter, da geht's weiter. Da geht's weiter. Pass auf, ernsthaft. Ohne Witz. Man sieht aber nichts. Der zittert so. Ich hab echt Angst, man. Ich auch. Was? Wo, wo, wo? Wo? Ey. Es ist 6.12 Uhr, Alter. Mach keinen Scheiß jetzt. Nein. Hilf mir. Okay, Blümchen. Irgendwo... Die Tür war das, ne? Okay, der Sinn. Einfach... Okay, da sind Bäume im Garten. Äh, im... Bäume im Garten. Irgendeine Tür ging grad auf. Wir haben grad irgendwas getriggert. Guck mal auch nicht nach. Da, die weiße Tür, die leuchten so. Die weißen Türen da. Ja, aber irgendeine ging auf. Guck mal durch. Lauf mal ein bisschen. Da ist keine. Doch, hä? Nein, noch nicht. Auf jeden Fall geil gemacht mit der Unreal Engine 4. Muss man sagen, ja. Da ist keine offen. Auf jeden Fall. Da stehen Bücher vor. Die kann nicht offen sein. Da! Ach, du Scheiße. Ich geh rein, Digga. Okay, geh rein. Ja, moin! Alter, ich hab mich grad richtig aufschroren. Man sieht mal nix. Mach mal Licht an hier. Ist hier ein Lichtschalter? Hä? Hä? Der ganze Raum ist... Ah! Oh, Jesus! Ich kann mich noch bewegen. Ich will hier raus. Mach die Tür auf. Geh da einfach auf. Geh da raus! Die Tür ist weg! Geh da raus! Geh da raus! Geh da raus! Die Tür ist weg! Hä? Blackscreen. Ne. Was war das? Dreh dich, dreh dich. Dreh dich einfach. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Das ist doch der Raum, wo wir eben waren. Da war aber hier nix drin. Oh nein. Wer lacht da? Ich weiß es nicht. Ey, guck mal, guck mal rein. Was ist das? Ja, da lacht jemand. Na, ich will nicht mehr spielen. Lass mich hier raus. Guck mal kurz rein. Ich hab Schiss, Mann. Was ist das? Das ist ne scheiß Lampe. Geh mal in den Schwarze rein. Ich geh doch... Ich witz mich. Was ist das? Alter! Nein! 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 Oh mein Gott! Mama, ich will nicht mehr! Ich renne hier jetzt einfach durch. Ich renne hier 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 durch. Ich schick den Sinn nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, Mann. Ich weiß es auch nicht. Und das wird alles uncut sein, was wir hier machen. Jedes Let's Play. Es kann sein, dass ab und zu zoomen wir mal an die Facecam ran und so. Wenn ihr das wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ey, mach irgendwas Sinn. Ich hab keinen Punkt, die Fresse noch mal zu sehen. Lauf einfach. Nein. Versteck dich in der Scheißkasse. Kann man dich da dran verstecken? Nein. Nein. Sackkasse. Das war's. Das ist der Anfang. Ja, moin. Jetzt kommt sie wieder. Alter, Scheiße. Was ist das, Mann? Wie soll man da denn wegkommen? Er holt mir mein Trommelfeld weg. Lauf einfach, lauf, bitte. Ja, was mach ich denn? Such einfach die Scheiß-Tür. Ich bin voll am schwitzen. Ich zieh mich gleich aus, ich schwör. Lauf bitte, such einfach irgendeine Tür. Du kannst gleich mal eine Tür suchen hier. Nein, ich spiele nicht. Also wir müssen ja auf 10 Minuten kommen, weißt du? Für Werbung. Das war ein Scherz, Leute. Such, 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 such. Warum lacht die denn so, die Passe-Bärse-Sau? Lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter, lauf einfach weiter. Beweg dich einfach, beweg dich. Das war's jetzt. Ich renne. Das sieht jetzt aus. Such einen Weg. Was mache ich denn? Ich such doch einen verdammten Weg. Aber ich renne im Kreis. Das Licht ist aus. Die kommt. Oh nein, Mann. Wie soll man da denn wegkommen, Leute? Hä? Ich check das Ganze. Ich spiele gerade nicht. Ich brauche eine Nervenzigarette. Habe ich irgendwas vergessen? Bin besoffen? Ich bin jetzt links lang, ne? Ja, du bist links lang, ja. Zweimal. Ja, da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Probier's nicht aus. Links. Links. Ich geh hier lang. Jetzt geh ich hier lang. Wir müssen uns das merken. Ja, moin. Wie soll man sich das merken? Sieht auf jeden Fall schon mal... Dann weht sie gut aus, das ist ja... Nein! Oh ja, jetzt kommt die. Ich fick sie, Alter. Ich mach sie kaputt. Wann kommt die? Wann kommt die? Ja! Ja! Mach doch jetzt! Ich kapp mich gleich so ein. Ich hab Angst. Yo! Wieso soll man da wegkommen? Ich brauche Nervenfutter, Leute. Ich hab so Angst, ne? Sieht man meine glänzende Stirn schon? Ach nee, schwarz-weiß rettet. Wieso soll man da wegkommen? Ich kapiere noch, ob man sich irgendwo verstecken kann, wenn man sich irgendwo verstecken kann vor der. Nee, kann man nicht. Lauf mal da lang. Nicht da lang. Da. Sind wir hier noch nicht lang? Ja. Nein, glaub ich nicht. Geht einfach im Kreis. Versuch hier mal schrank zu verstecken. Geht nicht. Ja, moin. Lauf mir hier durch. Leute, wir sind echt gelähmt. Wir kommen da nicht weg. Wie lange soll es noch dauern? Ich weiß es nicht. Nein. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Digga, was hat die eigentlich für... Ich hab den Kopfhörer schon wieder verloren, Alter. Ich weiß nicht, wie wir hier weitermachen sollen. Ich bin auf dem Schlauch. Kippe auch schon aus? Ja, Mann. Ich steh echt auf dem Schlauch. Leute, da kommt man nicht weg. Wenn wir das diese Folge nicht schaffen, dann helft uns bitte in den Kommentaren, wie wir da wegkommen sollen. Genau. Und falls ihr jetzt mal fragt, ob wir eine feste Upload-Zeit haben... Nein, jetzt kommt die schon... Lauf... Ne! Boah, Alter. Warum kommt die manchmal so schnell, die olle... F... 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 Ich schlafe heute nicht mehr. Ja. Da springst du mir noch ins Gesicht. Weißt du, ich bin so am... Sweaten, ne? Ich bin... Ich bin ehrlich, ohne Witz, es geht gar nichts mehr bei mir. Ich schlafe heute nicht mehr. Es ist 6 Uhr 20. Hä, Mann. Wieso soll man da denn wegkommen? Hä, wo bin ich jetzt? Versuch dich irgendwie im Schrank zu verstecken. Vielleicht geht das. Mike, es geht immer noch nicht, in diesen verfickten Schrank reinzugehen. Es geht nicht. Ja, Moin. Jetzt kommt die schon wieder. Geh doch einfach... Da... Da ist sie! Die geht da einfach lang. Was ist das denn für eine? Digga, das ist so eine Wanderhure. Ich bin so am schwitzen. Da will ich gar nichts mehr. Ich versuch das jetzt noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann schreibt mal bitte in den Kommentaren. Ja, auf jeden Fall. Ob wir hier irgendwas verpasst haben. Wie man da wegkommen soll. Denn ich hab auch keine... Infos oder so. Oder muss man hier einfach nur lange von überleben? Wie soll man denn überleben? Die kommt direkt! Ich weiß es nicht. Ne, ich weiß es wirklich nicht. Ich hab mich das sechste Mal erschrocken. Wie kann das sein? Okay, Leute. Kann man hier auf Pause machen? Kann man das speichern? Wenn nicht, wir haben... Wir machen einfach so. Warte, warte. Ja? Steh auf. Das hatten wir doch schon. Kann man das irgendwie auf pausieren? Irgendwie speichern? Ich glaub, bei diesem... Ne, kann man nicht speichern. Okay, Leute. Okay, Leute. Wenn ihr wisst, Wie man da wegkommt. Dann sagt uns bitte in die Kommentare Bescheid. Weil wir kommen da einfach nicht weg. Wir kommen hier nicht weg. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie wir hier weg wollen. Okay, Leute. Wenn euch das kleine, kurze Video gefallen hat, dann lasst... Ne, sowas sagen wir nicht. Ne, da kommt sie. Tschüss. Soll ich ranzoomachen? Da war ich jetzt vorbereitet. Ne, äh... Ihr könnt eine positive Bewertung da lassen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall. Oder auch eine negative, wenn es euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr einen negativen Daumen macht, dann macht es so wie früher und schreibt in diesen... Verschissen in den Kommentaren. Wieso? Warum? Genau. Quali, ob wir rauchen in den Videos, so wie ich gerade. Hallo, hi. Ja, und auf jeden Fall schreibt, wie wir hier verfickt nochmal weiterkommen über den Schliebentüsch. Genau, Leute. Das war auf jeden Fall BMTV. Das war unser erstes Video. Ihr kennt uns jetzt schon mal ein bisschen, was wir auf den Kanal so bringen und so. Aber wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst eine positive oder negative Bewertung da. Und wenn das euch nicht gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall, wie gesagt, eine Bewertung da. Warum nicht? Guckt. Ups. Ja, moin. Und... Ja. Okay, du Bitch. Ich war vorbereitet. Hau rein. Ciao. Ciao.